Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart Talk mit dem Nimmatung! Hallo! Wieder mal, sehr schwierig. Wir sind sehr erprobte Fahrer. Wir haben das letzte Mal noch 6. Warnbein in der Gesamtweitung, aber es wird. Es kann noch besser werden. Die Kurve nach oben. Oh, Animal Crossing. Ja, ich probier's jetzt einfach mal. Ich probier's vorher. So, B-Land! Tati, das ist für dich. Morton! Morton ist hier! Morton ist hinter Haus. Was macht Morton hier? Morton und Link und Link. Zweimal Link. Bringt Morton wieder nach Hause. Morton hat hier nichts verloren. Oh, guck mal. Links und rechts sind ganz viele Tiere. Oh, die Grafen. Nope. Oh Gott! Ja ja ja, ist. Ja ja, ist. Ja, mm, mmh, ja ja, mmh, ja ja, mmh, ja mh, mmh, ja, mmh, mmh. Sexte an, mmh, 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 mmh! Das schmeckt. Früher? Ja. Meiner, wo bist du? Gestern. Weiter. Seh's mit dir. Komm, sie können sie beruhig. Gut. Also die Musik ist ja wirklich alles andere als spannend. Aua! Das ist die Spannung nicht. Irgendwo sah ich da. Flipp, 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 flipp. Das war ich. Na! Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Mami. Kannst du sagen, was du magst mit der Scheiße? So war schon wirklich. Ja, ich glaube auch. Oh Gott, wie viel ich drifte. Wir haben einen Driftfehler. Nein, jetzt nimmt sie mir Zeit. Mach's auch hin. Okay, da ist einer ja mir vorbeigeschossen. Aber das macht nichts. Oh Gott. Der Erster. Der Fünfter. 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 Ja. Oh nein, ich habe ihn abgefunden. Ja, das ist für den Tal. Ich habe keine Verteidigung gehabt. Ja, kann nur ein Depkwinn sein, der da schon ist. Ja, gefällt. Ich habe ihn abgeschossen mit einer Roden. Ja. Rache ist Blutwurst. Ich wollte es nur gesagt haben. Warum? Ich habe die Feuer nicht abgeschossen. Ich habe die Feuer nicht angezlichst. Ich habe eine spare. Der rüter accumulation ist er. Oh격weise. Oh mann du, deine Banane hat mich genau da gewischt, das mag doch nix, ich hab's nicht geschafft. Oh, na, na, Drahti! Ja ne, ist klar oder? Ja sicher, kriegst du dein Item und dann... Ja, Schwein, rein schnudeln. Ja, ist klar, jetzt tu er an! Ich hab grad Zeit für den Scheiß. Oh Gott! Du kannst ja nix vierstellen, ich bin letzter, vorletzter. Ich kann mir sehr gut vierstellen. Ja. Jetzt los um bei Jesus. Jetzt seint er irgendwas so. Ich bin zwölfter. Oh Gott, mann du. Ich hab's noch zu nehmen. Das ist doch ein bisschen... Acht immer. Ach, was ist denn? Ich hab's noch mit eingeschrieben, ich hab's da nicht gedacht. Ich hab's auch verpasst. Okay. Und ich hab's überhaupt nicht. So, was ist denn? untersteuern in manche passagen also der ist wirklich cool eine kleine figuren leichter zu fahren jeweils mehr beschleunigung und nicht so viel tempo auch gott aua Ey! Sind das Sie? Das Schwarte war für eine Idee, gell, dass wir uns verstrengern? Ja, ja, ich versteh dich gleich. Oh, wie du noch ein Item kriegst. Ich hoffe, du hast Spaß beim Schneu. Ich hoffe, du hast so viel Spaß beim Schneu, ich kann das gar nicht so machen. Oh, ich bestimmt. Und das natürlich kann ich. So, ich bestimmt. Aua! Freilich, schon ist mir die Rode zurück. So, jetzt geht's hier. Dreifachpilz regelt. Oh Gott, Muchentuchen, da haben drei Pilze, äh, drei Sternis hinter mir. Da ist so cool, jetzt gibt die blaue kurz vom Ziel. Oh, 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 oh. Übrigens, da geht's hier, falls du dich irgendwann sechst, äh, okay. Bitte, bitte. Bisschen heiß. Mann, die, wo ist denn los? Schneid folgen. Ja, klar, das ist so gut. Ja, okay. Ah, guck mal. Ohne scheiß, nimm das nächste Mühle, Larry und ist weiter leicht. Larry, Mary. Ja, Mama. Ja. Disco-Drome. 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 Ja. Ja. Oh, Gott! Oh, Gott! Hoppa! Man, ich bin hinter ihm. Ist das so gewünscht? Das wusste ich nicht. Jetzt nimmer. Oh, Entschuldigung. Ich hatte danach sowas um mich herum. oh, ich bin hier schon super. Das alles ist ja super. Oh, meinípus! Und das alles ist so schlimm. dass er ein Bömschen hinkriegt. Aua! Hat er noch ein Bömschen hinkriegt? Ja. Na, da kommt ein Blaue. Hör, du gehst nicht auf mich. Ja, super. Aaaaah! 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 Ja, freilich fuhren sie mich bloßt! Oh Gott, jetzt soll ich das schießen. Kannst du jetzt ungefähr nachvollziehen, wie es mir schon die ganze Zeit geht? Nein. Bitte? Oh Gott, ich bin noch vierter. Fünfter. Oh lecker, lecker, lecker. Das war jetzt der Gagelmuch. Kannst du jetzt in gewisser Weise nachvollziehen, weil es mir schon die ganze Zeit geht? Sobald du einmal unter die ersten drei, also mit den ersten drei Mittelfeld bist, hast du dann? Ähm, ja. Also, ich hab jetzt doch kein Problem damit. Guti! Leute von heute, das war's mal wieder mit der neuen Folge von Mario Kart 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es hat uns auf alle Fälle gefallen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Arrivederci und ciao. Tschüssigowski!